Was haben wir im Bankbereich sichern? Boah, es ruckelt wieder wie diese Sau. Nein, bei der Operatorauswahl immer. Das war heute bei mir auch schon. Was machen wir? Archiv? Oder Schießfächer? Immer Schließfächer. Schließfächer. Ich werde mal einen Punkt sichern. Okay. Ich werde dich daran erinnern. Gleich mal einen Punkt sichern. Ich rotze einfach alles leer, was ich habe. Ja, das hat vorhin übrigens gut funktioniert, mit dem einfach mal Magazin leeren und reinrotzen. Ich habe vorhin einmal hier in der Bank gesprayt. Und beim Anfangen vom Sprayen hatte ich gleich mal, also mit dem Sprayen habe ich zwei Leute weggemacht. Als ich zum Sprayen angefangen habe, habe ich gleich einen Headshot gehabt. Komm, mach die Dinger zu. Ich habe mal einen nicht für verbraten. Ich hätte einen Kassel nehmen sollen, verdammte Scheiße. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Oben haben wir auch nicht zugemacht. Wie lustig wird das denn? Meine heftigen kleinen Kerlchen sind platziert. Da ist eine Drohne irgendwo. Da muss eine Drohne nicht fahren. Die Tür ist verbarrikadiert. Ach komm, zweimal draufgeschossen. Das gibt es doch nicht. Der Kappkan Fuse im Archiv. Aber der muss mich vorher gehört haben. Weil der hat genau gewusst, dass ich da stehe. Da war eine Drohne dann. Ja, oder so. Da habe ich aber nichts gesehen. Die machen sie es ganz einfach. Das ist ein bisschen schwach. Ja, Fuse, wo er bei mir oben war. What the fuck. Mist. Komm, ein Aufzug hat das eine. Als ob er gewusst hat, wo ich... Direkt über dir, gell? Direkt über dem Runzer. So, da. Da kommen sie wenigstens nicht runter. Oder auch schon. Verdammt, Scheiße. Jetzt darf er bleiben, der Gegner. Jawohl. Und er ist da mit dem Schuld. Der geht jetzt rein. Der geht oben. In den Behälterraum. Dieser Rekrut mit dem Schuld. Jawohl, sehr gut. Ah, er hat doch geschossen, passt. Ah, er hat mich gehört und dann hat er sich gedreht. Mhm. Hast du gesehen? Ja. Da war sie so. Ah, das sind wir so an den Linkstüber. Der hat sich zu viel gehackt. Applaus, Applaus, Applaus. Möchtest du Bug? Ja, gerne. Ja, dann nimm du Bug, dann nehm ich... Wenn ich ihn... Wenn ich ihn schon mal hab. Seiteneingang? Seiteneingang, jawohl. Ja. Kennt jemand von euch Wodka-Brause? Schon mal gehört. Aber noch nie probiert. Ja, ist mir nicht... Also mit Ahoy-Brause halt, oder? Ja, Ahoy-Brause, genau. Als Kind hab ich früher immer Ahoy-Brause gehabt. Ja, genau. Ist auch Waldmeister, ich hab so Waldmeister. Echt, oder? Das hab ich geliebt. Echt? Ich war ein Waldmeister-Fan. Schau in den Keller. Ich bin grad ganz oben, aber... Ich glaub, oben tut sich nichts. Feind lokalisiert. Keller. Ja, ist in den unten, Keller. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde... Ah, betot. Ohne Tod. Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Okay, what's the plan? Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ei, ei, ei. Der ist so scheiße. Ah. Du brauchst meinen ballistischen Schild. Mäuseboi. Okay, gib Gas, Jungs. Ja. Ich weiß nicht, wo der Hammer hängt. Was hast du heute gesagt? Da piept schon. Da muss einer da vorne sein. Da, wo es piept. Habt ihr gehört, oder? Ne, ich hör nichts. In dem Raum piepst du doch immer. Oder? Okay, ladies and gentlemen. Na, die piept nicht immer. Nie? Die piept nicht immer. Das piept nur, wenn man... Drohne... Ich fahr mal mit der Drohne rein. Ja, bin schon drin. Da ist ein Gasbehälter und da hat einer ein Loch geschossen. Wie, du bist schon drin. Also der Raum ist frei, Seil. Achso, du bist mit der Drohne drin. Pass auf, da hat einer... Gas, Gas. Ja. Wo war der? Ist der draußen, oder? Nein, nein. Hat er jetzt einfach seine Dinge hier platziert, oder was? Das mal hoch. So, dritt sind sie drin. So runter. Ich hab's ja alle drei markiert. Sind alle zu dritt im Raum. Sein Witz ist das. Ich finde nur noch drei. Hüftfuhrer, aller Zwiebel, Hüftfuhrer. Ein riesiges, verdammtes Loch. Komm, du fragst jetzt so ein Zeug, ist mir da. Wo sprengt der auf? Da vorne. Wo sind wir? Diesen Flaggen steht da hinten drin. Ach komm, das gibt's eigentlich. Ich rott's voll mit Dauerfeuereien. Ey, im Raum drinnen. Direkt im Raum. Da zu... Ach, der Flagg da unten. Das ist so lustig. Zu zweit. Der Flagg da drin. Ach, scheiße. Oh, Mann. Fuck. Shit. Das kann man nicht wissen. Fuck. Ich bin einfach blöd. Ja, woher? Ja, das ist das Adrenalin. Adre und Nalin. Warum hat der eine Typ, der Ronso hat einen 150er Ping und der andere 250er, 140er? Also es ist angeblich immer verbessert, verbessert, wenn du in die Change Logs siehst und dann das Ergebnis ist halt alles nur noch beschissener. Hol den Chat. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Anstoß. Anstoßspiel läuft. Wir werden Europameister. Äh, Albanien. Was? Was? Was ist denn? Was ist denn? Verstärkung der Wand beendet! Mach mal raus! Was? Ja, wahrscheinlich wieder Italiener mit ihrer Defensiv-Taktik. Anstoßspieler konnten die in Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. HVS ist platziert. Weiter unbekannt. Oih, die sind schon dran. Gut, da möchte ich rein. So, jetzt wolltest du rausgehen, aber kein einziges im Bio-Behälterraum. So, dann bleibe ich halt doch hier. Wenn schon keiner da ist. Wenn schon keiner da ist. Vielleicht würde ich den nehmen sollen. Habt ihr eure Gerüstungen? Jo. Ich bin an der Hausmauer dran. Außen. Außen? Ja. Und Hauptlobby. Hauptlobby. Okay. Zwei Mann. Fuse und Sledge. Fuse und Termite. Sledge müsste außen gewesen sein. Okay, eine war noch außen am Fenster gesessen. Woa. 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 Wechselmagazine. Muss noch einer sein bei der Treppe. Also bei der Treppe war jetzt Fuse gekillt. Blank Granate. Jawoll. Einen habe ich. Wannst du? Du hörst auch nichts, oder? Nein. Die Treppe ist clean. Haupttür, oder? An der Lobby, ja. An der Hauptlobby sind es noch. Ich glaube, Glatz ist der außen und schießt von außen. Nee, warte, 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 warte. Glatz ist er noch außen. Ah, fuck. Scheiße. Direkt im Vorraum sind sie noch. Glatz ist bei uns im Vorraum. Ja, also in dem zweiten Vorraum. Nee, der ist bei uns im Vorraum. In dem zweiten. Ich weiß nicht, wie das Zimmer heißt. Jawoll. Sehr schön. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Jawoll. Raus die Kugeln! Schön rausfeuern, schön rausfeuern. Ja. Ja. Genau. Das Metall muss raus. 3, 3, 3. Parkplatz. Parkplatz, Front. Parkplatz, Front. Und überall einen Kompensator drauf haben. Kompensator! Kompensator? Weil ich festgestellt habe, steht er jetzt extra dort, der Kompensator ist dafür da, dass die Windungsfeuerblitze, dass man die nicht sieht. Und wenn man nicht Dauerfeuer macht, dass es wieder bleibt. So ein Einzelschuss. Ja. Das habe ich jetzt beim... Das alles ist mit dem Dauerfeuer, dass es... Genau. Wenn du da oben bleibst, dann wird es ein bisschen stabiler, aber... Ja. Aber Dauerfeuer hast du manchmal das. Mit permanentem Dauerfeuer. Eben. Darum habe ich jetzt... Das habe ich jetzt beim Bug auch genommen. Weil ich mir auch gedacht habe, der Einzelschuss, den nehme ich öfters als jetzt hier. Bei den Sniper-Tippen. Mhm. Ja, genau. Und ich habe geschaut, dass wir überall einen Laserpointer auf die... Also unten ist nichts. Unten ist frei, ja. Einen Laserpointer auf die Pistolen drauf, so. Mhm. Und wenn man aus der Hüfte einfach besser trifft. Mhm. Müsste man eigentlich ja fast auch beim Blitz und so weiter werfen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Weil der einfach aus der Hüfte dort auch besser trifft. Ja. Weiter zu seiner Position. Okay, wo sind sie? Selber Raum, ne? Erster Stock, gleicher Raum. Gut, was? Gehen wir hinten rum, oder was machen wir denn? Gehen wir hinten rum, ja. Wannst du? Ja. Guck mal. Und so, komm. Oder gehen wir in den Keller. In den Keller, ja. Und dann? Kommst du auch hinten raus? Ja, die Treppen hoch. Ja. Ja, schon, aber hier hast du... Ja, ja, okay. Wenn da oben einer runterguckt... Ja, ja, hast recht. Oder C4 oder so, das ist schön. Ja, 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 ja. Absolutely right. Ab durch die Treppe. Nicht hintereinander gehen. Aufpassen. Schick Drohne vor. Schau dir mal in die Räume unten, nicht dass er einer kennt. Einer ist direkt bei der Tür, äh, bei der, bei der Treppe. Fünf, das ist aber immer weggelassen. Den, den du markiert hast, oder? Der eine rennt draußen rum. Okay. Schau dir mal. Kein Kontakt, erster Stock. Im ersten, ähm, EG, oder? Ja, Schatz, praktisch. Ronzo, du gehst hinten hoch, oder? Läuft nach unten. Ne, er läuft nach unten. Läuft nicht, dass er ganz nach unten läuft. Er soll rückkommen, ich warte auf ihn. Ah ja, okay. Ronzo, bleib da, bleib da. Der ist hier irgendwo rumgelaufen. Fuck. Ich hab das einmal rumgelaufen bloß. Den nicht mehr. Nein, wir müssen uns beeilen. Ja. Es ist auf jeden Fall Erdgeschoss irgendwo. Kann uns jetzt egal sein. Ich schau links. Geh hoch. Alles offen, Leute. Alles offen. Okay, der eine hat markiert. Der Termite. Der ist irgendwo bei der Lobby. Der eine. Aktienhandelsraum ist drin. Die sind alle drin. Die sind alle drin. Ja, bis auf den einen, was der Termite markiert hat. Irgendwo im Lobbybereich. Ja. Unten drin? Okay, also... Okay, zwei sind in dem Raum vor uns. Ich hab sie markiert. Hab ich. Ah, und rechts ist auch einer. Achtung. Rechts. Direkt rechts ist auch einer drin. Let's go. Ja. Ach komm, das gibt's nicht. Genau oben anvisiert. Der Doc hat sich wieder selber gerettet. Jawoll. Alter, geil. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war jetzt echt gut. Das war gut. Aber ich hätte meine Granaten reinwerfen sollen. Ich hätte gleich die Granaten reinwerfen sollen. Weil der Ding, der Doc hat sich wieder beliebt und dann hat er mich kalt gemacht. Die Sau. Die Sau. Die Sau. Die Sau. Ja, die Sau. Ja, ich werde mal in Castle. Und ich bin... Aktiv oder Großartig? Ist egal, oder? Ja, wurscht. Die gewinnen sowieso. Los geht's. Okay, das ist also das große Raumbüro. Toll. Super. Super. Ich weiß ja nicht, was man hier verspärfen müsste. Ich verstecke mich unten im Steller. Drohnen. Drohnen von Raab. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter zu qualifieren. Eingang ist sicher. Du versteckst dich unten. Ich bereite ein Nestchen vor. Ja. Ich muss weglaufen. Ich komme vom Keller. Vom Keller? Die kommt vom Keller. Da kommt der Gizmo. Wieso kommen die vom Keller? Das ist ein Rast. Ich bin oben drüber. Ich bin oben drüber. Ich war da. Und ich weiß nicht, ob von oben einer kommt. Oh, wir machen mich fertig da. Warte, dass wir ein bisschen aufhalten. Ich komme schon hin. Ich halte sie scharf. Schildträger ist unten. Zu zweit. Ich habe sie markiert. Ich weiß. Sehr schön. Hast du einen Schildträger? Ja, das war der Schildträger. Boah. Hey. Den einen habe ich. Mach nicht alles alleine. Nimm mich mit. Ist der Schildträger noch da? Nee, der ist weg. Den hat der Rons erwischt. Da waren ja noch zwei, oder? Da waren ja noch zwei. Da waren zwei. Ich weiß nicht, wo er hier ist. Der ist tot. Den habe ich. Ah, andere Seite. Bad boy. Der Flolo. Ach komm, das gibt es doch nicht. Der eigene hat sich weggemacht. Naja. Ich wollte gerade in den Raum reinlaufen. Und dann stand der vor mir. Ich hätte nicht gleich gedacht, dass es einer ist. Ich wollte einfach in den Raum reinlaufen. Navarasha. Sale 6000. 6000. Jawohl. Was habe ich? 6000. Ja, vor dem Keller. Ja, mit meinen Bros. Da läuft es einfach.